Okay, bevor wir ins heutige Video starten, möchte ich eins kurz klarstellen. Meine Aufgabe ist es nicht, Angst und Schrecken zu verbreiten, Fear, Uncertainty and Doubt, aber meine Aufgabe ist es, euch und auch mich selbst auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Und was wir aktuell sehen, nachdem die deutschen Behörden bereits Bitcoin in großen Mengen abverkauft haben, folgen jetzt die Amerikaner. Und zwar sprechen wir hier über mehrere tausend Bitcoin im Wert von mehreren hundert Millionen, welche von den US-amerikanischen Behörden an Coinbase versandt wurden. Und wenn das Ganze so weitergeht, dann könnte Bitcoin tatsächlich nochmal massiven Verkaufsdruck bekommen. Das wird das Hauptthema sein im heutigen Video und jetzt würde ich sagen, legen wir gleich los. Ja, mit dem ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Eins an der Stelle kann ich schon mal vorne wegnehmen, damit ihr jetzt nicht den Kopf in den Sand steckt und eventuell sogar noch alle eure Bitcoin verkauft, weil ihr denkt, jetzt ist komplett Panikmodus. Fundamental hat sich an Bitcoin überhaupt gar nichts geändert. Bitcoin ist immer noch das erste faire, dezentrale Geld aus einer Grassroot-Bewegung von den Menschen für die Menschen, wo alles demokratisch entschieden wird. Und auch BlackRock oder die Kunden von BlackRock, die akkumulieren weiter Bitcoin. Natürlich nicht nur die von BlackRock, sondern auch noch andere finanzielle Institutionen oder deren Kunden akkumulieren weiter. Und genau das, glaube ich, sollten wir auch tun an der Stelle. Aber was wir uns anschauen müssen, ist der kurz- bis mittelfristige Verkaufsdruck, der definitiv auf Bitcoin kommen kann. Wenn wir uns den Chart aktuell kurz anschauen, dann können wir klar erkennen, ja, Bitcoin ist immer noch klar in einem Bullenmarkt. Wir sind immer noch über dem 200er Moving Average. Das ist so der traditionelle Indikator dafür, ob sich ein Asset in einem Bullen- oder in einem Bärenmarkt befindet. Und bis jetzt sieht alles immer noch gut aus. Aber wir haben zum einen, was wir schon besprochen haben, die Bitcoin von Mount Gox, die an die Kunden zurückbezahlt werden. Und wir haben eben von der Regierungsebene aktuell wirklich Verkaufsdruck. Und das möchte ich euch nochmal ganz kurz zeigen. Bis vor ca. 24 Stunden waren wir von den 50.000 Bitcoin, die von den deutschen Behörden beschlagnahmt wurden, bei ca. netto 1.500 Bitcoin, die an Börsen versandt wurden. Und es gibt nicht wirklich einen anderen Grund, als diese Bitcoins zu verkaufen, wenn sie eben an die Börsen verschickt werden. Was wir jetzt ebenfalls gesehen haben, innerhalb der letzten 24 Stunden, waren noch mehr solche suspekten Transaktionen, sage ich jetzt mal an der Stelle. Und zwar von ca. 345 Bitcoin an Flowtraders. Da handelt es sich um ca. 21 Millionen US-Dollar Gegenwert. Das kann der Markt auf jeden Fall noch stemmen. Ich habe mir kurz ein paar Infos über Flowtraders geholt. Und man muss dazu sagen, es muss nicht einmal unbedingt sein, dass Flowtraders diese Bitcoin verkauft. Es könnte auch sein, dass die diese einfach verwahren. Aber wenn wir eins und eins zusammenzählen, dann sieht es schon eher danach aus, als würden diese Bitcoin verkauft, vielleicht sogar in einer Auktion. Dann gehen wir aber zum größeren Problem in Anführungszeichen über. Und das ist die US-amerikanische Regierung. Während bei den deutschen Behörden aktuell noch ca. 48.000 Bitcoin liegen, sind es bei den Vereinigten Staaten von Amerika einiges mehr. Und zwar mehr als die vierfache Menge. Es handelt sich hier um ca. 213.000 Bitcoin mit einem aktuellen Gegenwert von ca. 13 Milliarden US-Dollar. Und gestern habe ich einen ganz interessanten Kommentar gelesen. Da hat mich nämlich jemand gefragt, naja, aber der Markt von Bitcoin ist ja über 1.000 Milliarden groß. Das sind doch ein paar Milliarden nicht wirklich wild. Das ist aber eine falsche Annahme. Ich werde das nachher noch einmal ganz kurz erklären, warum das diese 13 Milliarden hier in diesem Beispiel definitiv einen viel größeren Einfluss auf den Bitcoin-Preis haben können, als eben dieses Verhältnis von den ca. 1.000 Milliarden Marktkapitalisierung zu den 13 Milliarden. Aber um was geht es aktuell? Es geht darum, dass wir innerhalb der letzten 24 Stunden von den US-amerikanischen Behörden eine Transaktion an Coinbase gesehen haben, auf so einen Coinbase Prime Deposit Wallet, und zwar in der Höhe von ca. 4.000 Bitcoin. Und da handelt es sich eben schon um ca. 1 Viertel Milliarde US-Dollar. Wir wissen nicht, ob das Ganze weitergeht. Wir wissen auch hier nicht, ob es hier nur darum geht, irgendwelche Kosten zu decken. Ist es ein Liquiditätscheck? Was natürlich zur Folge hätte, dass später wahrscheinlich größere Tranchen verkauft würden. Also wir müssen hier auf jeden Fall am Ball bleiben. Noch einmal, kurzfristig, gerade mit dem geringen Interesse, was wir aktuell sehen von der breiten Masse und aktuell auch so ein bisschen bei den institutionellen Investoren, kurzfristig kann das definitiv noch einmal auf den Bitcoin-Preis drücken. Ja, es könnte sein, wenn hier mehr Abverkäufe kommen, dass wir tatsächlich noch einmal auf dem Daily Chart in ein bearisches Szenario reinrutschen. Mittelfristig und langfristig sehe ich das aber überhaupt nicht als Problem. Denn immer mehr Menschen da draußen werden verstehen, wie großartig Bitcoin ist und es haben es noch lange nicht alle verstanden, die das Potenzial haben, es zu verstehen. Also was ich damit sagen will, ist, dass die Sättigung von Bitcoin definitiv noch nicht über 50% liegt. Die liegt vielleicht aktuell bei 10%, maximal 20%. Also auf jeden Fall wird auch in Zukunft noch mehr Nachfrage kommen und dann wird dieser komplette Verkaufsdruck, sei es von den US-Amerikanern, sei es von Deutschland, sei es von Mongox, also von Japan, das wird dann alles so ein bisschen verblassen. Aber noch einmal kurzfristig, mittelfristig kann das definitiv den Bitcoin-Preis noch einmal massiv unter Druck setzen bei eben der fehlenden Nachfrage. Schauen wir uns ganz kurz noch einmal an, wie viele Bitcoin die Regierungen denn überhaupt halten. Und hier wurde ich auch gefragt in einem Kommentar, wie sieht es denn überhaupt aus mit Georgien? Warum ist Georgien hier nicht aufgelistet? Angeblich haben die doch 200.000 Bitcoin-Bitcoin-Beschlagnahmen. Das ist aber nur ein Gerücht. Ich habe mich hier noch einmal informiert. Es gibt keine offizielle Bestätigung oder irgendetwas Ähnliches, dass hier ein Land fehlt auf dieser Liste, welches eben auch in dieser Range sein könnte, wo es wirklich signifikant ist. Wir haben auf Platz 1 noch einmal die USA mit ca. 200.000 Bitcoin, China ein bisschen weniger als 200.000, United Kingdom mit ca. 50.000, Deutschland mit ca. 50.000 und El Salvador, wie bereits gesagt, die sind ja eh am Akkumulieren. Die werden definitiv nicht verkaufen und wären auch nicht relevant. Also ja, Deutschland eine Gefahr für den Bitcoin-Preis, kurz-mittelfristig. Ja, die Amerikaner und auch China definitiv eine Gefahr. Und wo das wir jetzt eben die Abverkäufe gesehen haben, ist bei Deutschland ca. 1800, 1900 Bitcoin und bei den Vereinigten Staaten hier ca. 4.000 Bitcoin. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was hier noch passieren könnte. So, und jetzt möchte ich an der Stelle noch einmal darauf eingehen, warum das die 13 Milliarden zum Beispiel von den Vereinigten Staaten einen massiven Impact auf den Bitcoin-Preis haben können, auch wenn die Marktkapitalisierung bereits bei über 1.000 Milliarden liegt. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen. Nicht alle Bitcoin, die bereits geschürft sind, also die 19,5 Millionen, werden täglich gehandelt. Wenn die täglich gehandelt werden würden, dann könnte man sagen, dass dieser Impact von den 13 Milliarden auf die Marktkapitalisierung fast 1 zu 1 ist. Da aber nur ein sehr kleiner Teil gehandelt wird, muss man sich das so vorstellen, wenn man dort einfach mal eine Milliarde Verkaufsdruck ausübt auf diese wenigen Bitcoin, die irgendwo in einem Orderbuch stehen, dann wird der Preis extrem schnell nach unten gedrückt, weil einfach keine weiteren Käufer mehr am Start sind. Und die gesamte Marktkapitalisierung von Bitcoin wird eben so berechnet, dass man die Anzahl an Bitcoin, die bereits geschürft sind, also nicht die auf den Börsen, sondern alle, die bereits geschürft sind, ca. 19,5 Millionen, mal dem Bitcoin-Preis gerechnet wird. Das heißt, mit den 13 Milliarden kann man auf dem Bitcoin-Preis viel mehr Verkaufsdruck ausüben, als es initial aussieht. Also die 13 Milliarden, das wäre ein absoluter Schock und das könnten die Spot-Exchanges aktuell nicht auffangen. Natürlich wissen das die Behörden auch, die sind auch nicht dumm, also sollte man meinen zumindest, auch wenn sie Bitcoin verkaufen, die werden natürlich eben schon solche Liquiditätstests machen und hier könnte ich mir sehr gut vorstellen, gerade bei der US-Regierung, dass die hier erst einmal so einen Liquiditätscheck machen, ist genügend Liquidität da, ohne zu stark von Slippage betroffen zu sein, also dass man eben den Preis durch seinen eigenen Verkauf so runterdrückt, dass man dann immer einen tieferen Preis für die Bitcoin bekommt. Also was ich damit sagen möchte ist, es ist ein Multiplikator zwischen eben wie viel Geld das auf den Markt oder wie viele Bitcoins auf den Markt gedrückt werden, also diese Summe von 13 Milliarden und der Veränderung in der Marktkapitalisierung, da gibt es einen Multiplikator dazwischen, der ist sehr schwer zu bestimmen. Das kommt eben darauf an, wie viele Bitcoin aktuell liquide gehandelt werden, aber es gibt hier mehrere Schätzungen und diese Zahl nützt euch jetzt zwar nicht viel, aber dieser Multiplikator ist irgendwo zwischen 2 und 100. Also im Worst Case könnte eine Milliarde Verkauf von Bitcoin ca. 100 Milliarden Marktkapitalisierung ausmachen und im Best Case wären es dann nur 2 Milliarden. Also ihr seht schon, es kommt extrem stark darauf an, wie liquide der Markt aktuell ist, wie viel das in den Orderbüchern steht, wie viele Buy Orders natürlich auch da sind, aber auf jeden Fall kann ich euch garantieren, dass die 13 Milliarden US-Dollar gerade aktuell, wo die Nachfrage so tief ist, von den Mainstream-Leuten, auch von den institutionellen Investoren, die Nachfrage ist nicht so extrem hoch aktuell. Also diese 13 Milliarden kombiniert vielleicht sogar noch mit dem 50.000 Bitcoin von Deutschland, die könnten hier wirklich eine massive Preiszerstörung, kann ich an der Stelle schon sagen, ausüben. Aber wir wissen natürlich auch ganz viele Leute, die warten an der Seitenlinie genau auf solche Events. Es gibt ganz viele Investoren, die haben sich irgendein Asset ausgesucht und warten eben genau auf solche Möglichkeiten. Ich weiß, ich habe es euch gesagt, ich persönlich erwarte nicht mehr, dass wir nochmal eine 5 vor dem Bitcoin-Preis sehen. Wir haben es wirklich ganz kurz gesehen, gestern oder vorgestern. Da lag ich wohl falsch. Also ich habe dem eine geringe oder eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit zugeordnet. Jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, wenn ich bedenke, Monggoks, nächsten Monat der Start im Juli, dann Deutschland scheint Liquiditätstests zu machen, dann die US-Amerikaner mit einer viel größeren Wallet scheinen Liquiditätstests zu machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir kurzfristig, mittelfristig noch einmal tauchen, dass wir wirklich 2024 über die Sommerzeit, vielleicht so bis zu den Wahlen, bis so gegen Ende 2024 eher ruhig seitwärts, vielleicht ein bisschen abwärts. Wahrscheinlich wird schon noch mal ein bisschen Volatilität auch nach oben kommen, aber ich bin eher bearisch eingestellt, muss ich euch ganz ehrlich sagen, so noch für die nächsten paar Wochen, die nächsten paar Monate. Das ändert aber nichts daran, dass ich fest davon überzeugt bin, dass wir entweder bis Ende diesen Jahres oder in der ersten Hälfte des nächsten Jahres die 100.000 US-Dollar für Bitcoin noch sehen werden, wenn es kein Black Swan Event gibt. Und da muss ich auch ganz klar sagen, an der Stelle, das ist kein Black Swan Event. Keins von diesen Events, Mt. Gox, das wussten wir, dass das irgendwann einmal kommt, also dass diese Bitcoin, egal auch wie, irgendwann einmal die Chance haben, wieder auf den Markt zu kommen. Dann bei Deutschland wussten wir es seit Anfang diesen Jahres, dass sie 50.000 Bitcoin beschlagnahmt haben. Bei den US-Amerikanern, das ist ja immer noch aus der Silk Road und so weiter, da wussten wir es schon viel länger, dass eben einfach noch Bitcoin bei Behörden liegen, die irgendwann einmal einen enormen Verkaufsdruck auslösen können. Und wenn der Markt in dem Moment eben nicht wirklich Tiefe hat, wenn nicht wirklich viel Interesse daran ist, an Bitcoin, dann kann man eben den Preis schon nochmal wirklich stark drücken. Also der absolute Worst Case, den ich jetzt sehe, den diese Behörden hier auslösen könnten, wäre Bitcoin nochmal in die 30er, 40er Range zu schicken. Das halte ich aber hier auch an der Stelle wirklich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Also wenn ihr noch nicht dabei seid, dann würde ich definitiv nicht auf das warten und 100% von dem ausgehen. Einfach, wenn ihr keinen Bock habt, hier wirklich Market Timing zu betreiben, Sparplan aufsetzen, könnt ihr zum Beispiel bei Relay machen, da findet ihr alle links unten. Da gibt es auch noch andere Optionen mit dem Gutscheincode Sunny Decree, nochmal 0,5% Gebühren sparen, Sparplan aufsetzen, nochmal 0,5% Gebühren sparen und dann könnt ihr das Ganze einfach wöchentlich oder monatlich ausführen und dann kauft ihr Bitcoin zu hohen Preisen, zu mittleren Preisen und zu niedrigen Preisen und kriegt dann langfristig wirklich einfach einen guten Entry Point. In dem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch die wichtigsten Updates von heute durchgeben. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interesse und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video. Bis dann.